Pfff, so heiss. Kinderli, Glasse! Glasse! Ich wo da? Oh nein, die schmilzt ja gerade weg. Oh, die kann man immer noch essen. Oh nein, meine Glasse! Ich weiss etwas für morgen. So, mal schauen, was es hier drin hat. Autidia. Kühe. Zuhause von den Grosseltern. Hm, wo kommt sie? Ah, hier. Foto von Winter. Oh, Winter. Jura, Gletscher. Das ist jetzt Sommer, aber in den Bergen oben, wo es immer kalt ist. Und das ist wieder Winter. Viel Schnee bei den Grosseltern. Hm, ich weiss nicht mehr, wo man auch im Sommer Winter finden kann. Und los geht's! Und das ist jetzt noch eine Musik. Das ist jetzt noch eine Musik. So, der letzte Spitze mit dem zu Fuss gehen. Juppie, juhu, 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 ich bin zu schnell, wir haben fast die Tüche, oh, was ist denn das? Das ist ein Silbertischchen, uff, über 30 Grad. Aber dorthin versteckt sich noch einmal ein kühler Ort. Kommt, wir gehen schauen. Ab hier ist es gefährlich, also kommt hoch und tut noch gut halten. So, hier ist noch einmal 20 Grad. Und hier ist schon unter 10 Grad. 6 Grad. 6 Grad. Und dort drin ist die Eischöli. Brrr, ist aber ein kalt hier drin. Ja, da hast du recht, es ist kalt hier drin. Ich finde es angenehm. Also, gefällt es noch junger? Ja, super, hier ist es nicht so heiss. Wir machen uns mit einem neuen Bokalist. Wir machen uns mit dem Blatt.